Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück auf meinem Kanal mit meinem Bad Hair Day, wie man unschwer an der Kappe erkennen kann. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die alten Videos von meinem Rollgolf-Umbau wieder online zu stellen, re-uploaden. Denn dann seht ihr, dass ich nicht nur Quatsche, sondern auch wirklich ein Elektroauto bauen kann und auch bauen werde, im Fall jetzt von meinem Bus. Leider hat es damals einige, ja nicht Strikes, aber Demonetarisierungen gegeben, weil ich tatsächlich Musikstücke verwendet habe, die Copyright haben. Zur Zeit der Veröffentlichung hatten die keines und dann plötzlich hieß es, nachdem das Ding ein halbes, dreiviertel Jahr online war, dass jetzt plötzlich Copyright auf irgendeinem Musikstück ist. Darum habe ich ursprünglich auf meinem alten Kanal alle Videos wieder runtergenommen, gelöscht. Jetzt probiere ich weitestgehend diese Musikstücke irgendwie zu ersetzen, sofern ich noch irgendwie die alten Daten wiederfinde. Bei vielen Videos habe ich leider die Originaldaten nicht mehr, dann muss das Ding halt silent sein, tut mir leid. Es ist so wie es ist, ich re-uploade auf jeden Fall die Serie, wenn es sein muss ohne irgendwelchen Ton, beziehungsweise mit einer anderen Musik, aber dann feilen meine Erklärungen. Kann ich jetzt nichts machen. Habt Spaß mit dem Video, seht es euch an und überzeugt euch, dass ich wirklich ein Elektroauto bauen kann. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück auf meinem Kanal. Letzte Woche gab es ja keine neue Folge, das lag einfach da dran, weil wir Hochzeitstag hatten und das wunderschönes Novemberwetter war. War wirklich warm. Da wollten wir dann doch etwas anderes tun, als dass ich im Keller unten sitze, beim Video stellen und meine Frau oben im Wohnzimmer mit den Kindern. Drum gibt es diese Woche eine neue Folge. Was hätten wir denn noch? Einen Innenraum rausreißen haben wir noch zum Beispiel. Ich will ja ein Rundum-Paket machen, das ganze Auto komplett neu aufbauen, dass ich in Zukunft so wenig Arbeit wie möglich damit habe. Ein paar Gimmicks einbauen und drum habe ich auch den ganzen Innenraum ausgebaut. Und das sehen wir in dieser Folge. Euch wünsche ich dabei viel Spaß beim Zusehen. Zusehen So, jetzt gucken wir mal, was hier noch so alles drin ist, hier kommt ja später mal der Batteriekasten rein, wuh, schöner Chonaut, das ist die Rückbank, die schraubt man hier vorne weg, hier, das abhebeln, da runter kommen Kreuzschlitzschrauben zum Vorschein, die schraubt man raus, dann kann man die Sitzbank ausbauen. Der Gurtheld wieder mit der bewährten Schlüsselbette 17er Schraube und hier auch bitte, damit ich später weiß, wie das zusammenkommt, mit dem Kabelbinder einfach die Einzelteile in der richtigen Reihenfolge die Fahrung festmachen, dann weiß man später wieder, wie es hingehört. Ich hab's in Send gefunden! Die vorderen Sitze ausbauen ist recht einfach, da ist eine Blockierschraube, die verhindert, dass der Sitz weiter nach hinten rutscht, die dreht man raus und dann kann man den Sitz nach hinten raus schieben. Die Schraube ist hier, Sitz, die hier, die muss raus, 5 mm Innensechskant, 10 mm Ringschlüssel und das Ding ist auf. Hier reicht ein Kreuzschraubenzieher Flachschlitz. Die Ablagen hier und das ganze Armaturenzeug ist eigentlich nur mit dem Kreuzschlitz angeschraubt. Das sind nur 5 Kreuzschraubt und alles damit ordentlich Staub drauf. Wozu könnte das Kabel dienen? Habt ihr ne Ahnung? Postet's mir unten in den Kommentaren! Bis zum nächsten Mal! Jochen Willi, Arte und Pfeern Bauer 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 Das Sanatorenbrett ist mit ein paar Schlüsselwette Achterschrauben festgemacht. So, laddie, es ist auf meine Tachos. So ein Scheißdreck zu einem Fall. Direkt außen am Motor, hier, unten drinnen, hier, das da. Das ist eine Schraube vom Armaturenbrett. Und das Beste kommt erst noch. Die zweite Schraube ist so hinter dem Schelbenwischergestänge, dass ich nicht mal mit der Kamera gescheit reinkomme. Da ist sie. Über dem Schelbenwischergestänge. Ich habe keine Ahnung, wie ich die da rausbekommen soll. Jetzt sind wir die Mutter und die U-Scheibe am Stück. Die U-Scheibe lässt sich drehen. Aber nicht von der Mutter lösen. Schlüsselbrett 24. Und jetzt kommen Sie zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ui! Aargh! Hehehehe Hallo? Hehehe Uiah! Aargh! Eeh! Ffff! Eeh! Eeh! Aargh! 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 Ffff! Buh! Aargh! Aargh! Buh! Buh! N Untertitelung des ZDF für funk, 2017